herzlich willkommen zurück zu einem weiteren part von pokémon kolosseum im letzten part hat sich herausgestellt dass der bürgermeister von 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 dieser stadt feenak glaube ich in wirklichkeit der anführer von seifer ist und jetzt will anscheinend gegen mich kämpfen der schädel pokémon plan aber ihr zwei hat uns aufgehalten es würde ich niemals vergeben werden ich werde ich werde so sehr zerstören dass ihr euch nie wieder gegen mich aufheben könnt oder auf erheben könnt okay der typ und er hat ein brutaler lander alles klar 60 habe ich das richtig gesehen alles zum thema ich bin overlevelt am ende steigen die auf einmal in der level kurve komplett an ich ehrlich gesagt schon ziemlich unnötig wie viel es einfach abzieht hab ich jetzt doch zur fein gesetzt ich hatte mir gerade so in gedanken gedacht ich setze ich mal lieber kein zur fein weil das eher wenig abzieht und damit meine ich gar nichts ich will auf jeden fall erstmal elements rausnehmen was ich auch gemacht habe dem habe ich jetzt eigentlich den ep teiler gegeben habe ich schon wieder vergessen die stahlkäfer der wenn natürlich feuer op der typ geist hätte ich jetzt nicht erwartet okay das dürfen wir so sinnlos mach einfach über trank das klingt fast wie schere ach das ist nicht sehr effektiv okay da habe ich mich gehört die attacke war glaube ich gar nicht mehr so schlecht weil ich jetzt nicht mit dem one hit gerechnet habe naja brian wäre jetzt dumm glaube ich megani auch warum setze ich megani ein megani sowieso tot das kann nichts ausrichten ok das gibt's sicher auf megani ja ich möchte nicht nach tara einsetzen nach tara wird nur sterben das was ich mit slow king da macht ist ist eigentlich schon lächerlich voll wie slow ernsthaft ok diese level 40 pokémon können ja jetzt natürlich nichts ausrichten ist schon klar das werde ich wohl verlieren ich biete jetzt einfach sollten jetzt lange es steckt natürlich noch ein bisschen hoffnung in hambujon aber ich stecke natürlich noch ein bisschen hoffnung in hambujon aber ich glaube nicht dran ich glaube nicht dran ich glaube nicht dran auch gut naja ok ich will jetzt kein risiko eingehen ich mache einfach bis ok wäre sowieso darin gegangen das glück schickt er jetzt ein feuer pokémon rein macht er aber nicht sondern kampf nicht nur hier die den sie kann ich komplett vergessen kann ich komplett vergessen ehm items übertragen hat genau gereicht alles klar eine erzene ich habe hier fern ich habe gerade mal zwei pokémon von ihm besiegt ja okay der kann nach daran nichts machen doch anscheinend schon gern so versichert eigentlich keinen sinn es ist okay toll super Und es zieht trotzdem noch so viel ab Okay, ist mir jetzt egal Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Naja So, ich habe jetzt mein Team ein bisschen geändert Ich habe jetzt Metacross und Entale drin, statt... Und ich einen anderen zwei komischen Pokémon Und Entale gebe ich jetzt den MP-Teiler Und außerdem hole ich mir jetzt noch... Weil ich nicht weiß, wie das Angebot in dem Shop jetzt ist Weil das ja die erste Stadt ist Ähm... So, es war ausgehört... Ne... Ich misch hier hin... Ne, das ist jetzt Pokémon Center... Wo ist denn der Laden? Hier... Ach, so viel Geld habe ich jetzt gar nicht, wie ich gedacht hätte... Ach, weil ich mir die ganzen... Ah, verstehe schon... Okay... Ah, es ist schön, dich zu sehen... Natürlich ist es das... Ich habe mich... Äh... Ich habe mir Sorgen um dich gemacht... Ich hatte... Ich hatte... Ich habe mich so... Ich habe mir Sorgen darum gemacht, dass du... Aufführst, Angst vor mir zu haben... Bist du da... Bevorbereitet... Dein Neut besiegt zu werden? Ich werde dich so oft dem entdecken... Wie du willst... Ja, okay... Ich glaube nicht, dass ich... Diesen Kampf gewinnen werde... Ich probiere es jetzt einfach nochmal... Hä? Okay... 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 Jetzt fängt er... Jetzt fängt er mit einem anderen Pokémon an... Auch interessant... Ernsthaft... Er geht direkt auf meinem Cyaner und nimmt das raus... Okay, ich glaube nicht, dass ich den Kampf gewinnen werde. Eigentlich lustig, gerade noch hat Metacross bei Shakira gekämpft. Das ist ja in meinem Team oder S. Achso, ich dachte, Metacross ist sein Pokémon. Ich bin zu früh gefreut. Achso, ich muss ja zwei Pokémon reinstecken. Dass ich gerade Meghani eingesetzt habe, war ziemlich dumm. Gut. Na Meghani, das nimmt jetzt natürlich Meghani raus. Warum, warum ich das gerade eingesetzt habe? Und, trifft es sich selbst? Nein, trifft es natürlich nicht. Ach Junge! Schwertanz sicher. So, das war's mit diesem Part. Der war ziemlich sinnlos. Ich habe einfach nur zweimal gegen diesen Typen verloren. Das war's eigentlich. Und, also ich werde nächstes Mal nicht gegen diesen Typen antreten, weil ich sowieso verliere. Nächstes Mal werde ich hier hin. Dem Ganzen hatte ich ja schon mal einen Part gewidmet, der wird aber nicht hochgeladen. Und zwar, ja. Also dann bist du nicht Machos. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist das auch kein Mal verlet quatreermo..... Bis zum nächsten Mal.